Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das 2 Chirurgen drehen durch 2 Bundle von Dr. Faustus und Dr. Jekyll. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 2 Chirurgen drehen durch, Teil 2, das Ganze in der Bundleversion. Dieses Album, sowohl das Album an sich als auch die Bundleversion gab es exklusiv bei Distributions. Ich habe das Ganze bestellt, das kam in so einem ganz schlichten Karton, den erspare ich euch an dieser Stelle, also das ganz einfache Kartonbox, einfach nur für den Versand. Und in diesem Bundle befindet sich einmal das Album, dann ein Shirt sowie ein Poster. Zusätzlich, wie man es oft bei Distributions hat, habe ich noch ein paar Zusatzinhalte bekommen. Und zwar gab es hier einmal diesen Sticker, Flüsse aus Blut, Teil 2, kreisrund, dann zwei Flyer von Herzog, OG mit Herz, also Promotion Flyer zu seinem Album und eine Hirntot Records Sammelkarte, in diesem Fall schwarz. So sieht das aus. Hirntot Records Sammelkarte 92. Gut, also das nur am Rande. Wie gesagt, ist jetzt kein offizieller, kein direkter Bundleinhalt. Falls ihr das Bundle auch bestellen solltet, dann sind diese Sachen, die ich euch eben gezeigt habe, reiner Zufall. Also da können auch bei euch ganz andere Sachen mit drinnen sein. Gut, genug dazu. Wir starten mit dem Bundleinhalt. Und zwar haben wir hier einmal in Folie das Shirt. Und das Album an sich. Dann werden wir dieses Mal hier aus der Folie holen. Okay, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein Standard-Jule Case. Und hier haben wir schon die zwei Ärzte, die zwei Chirurgen des Horrors. Und zwar einmal hier Dr. Jekyll. Man sieht hier ganz klar an den Augen und an den Augenbrauen, dass es sich hierbei um die Frau handelt. Und hier hinten haben wir dann wohl Dr. Faustus, der hier einen Patienten misshandelt. Wir sind hier in einem OP. Also hier ist wirklich grell weißes Licht. Jede Menge Blut. Und wir haben hier auf der Seite stehen Dr. Faustus und Dr. Jekyll. Zwei Chirurgen drehen durch zwei. So sieht das Ganze von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt sieben Tracks an der Zahl. Weil es ist mehr oder weniger eine EP. Wir haben hier Features drauf von Shaitan, Evil Pimp, Blockmonster und Schwarz. Shaitan, dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff, ist ja heutzutage als KDM Shaitan unterwegs. Aber damals, als dieses Album entstanden ist, war er noch als Shaitan bekannt. Und darüber hinaus haben wir dann noch drei Instrumentals. Also wir haben einmal von dem Track Blutströme und Noteaufnahme ein Instrumental, als Bonus hier bezeichnet. Und sogar noch ein Exclusive Beat. Also das ist scheinbar noch ein Beat, ein Instrumental, das wir hier auf dem Album gar nicht irgendwie als Beat haben, sondern wirklich exklusiv, unabhängig jetzt von den vorangegangenen Tracks. Gut, auch hier wieder Dr. Jekyll abgebildet. Darunter haben wir dann die Credits zum Album und einen Barcode. Ganz kurze Info zu diesem Album. Denn der erste Teil ist ja schon sehr, sehr lange her. Das war ja 2007. Auf der Website, im Webshop von Distributions, liest man hier folgenden Infotext. Es wird wieder blutig. Dr. Faustus und Dr. Jekyll haben 2007 den Nachfolger zu ihrem Klassiker Zwei Chirurgen drehen durch aufgenommen. Nach Polizeischikane und Entwendung der Studio-PCs von Seiten des Staates war der zweite Teil verloren geglaubt. Bis jetzt. Auf einer alten Festplatte haben wir die Original-Masters gefunden und wollen sie euch nicht vorenthalten. Viel Spaß im OP mit den beiden Ärzten des Horrors. Ja, also das ist die offizielle Erklärung, warum dieses Album so lange auf sich warten ließ und warum das jetzt auf einmal erscheint. Gut, wir schauen mal hinein. Wir haben hier, wie wir es bei Hirntod-Releases kennen, ein recht dünnes Buchlet bzw. nur einen Einleger. Wir haben hier dann nochmal die Tracklist. Also hier die zehn Tracks aufgelistet und darunter die Infos zu den gesamten Tracks bzw. zu den ganzen Album-Credits. Wer war daran beteiligt? Wurde das aufgenommen? Artwork? Es wurde auch remastered. Also die Infos hier alle mit dabei. Die CD sieht dann so aus. In weiß und schwarz gehalten. Ganz schlicht. Und auf der Rückseite, wie man es kennt, das Logo, die Sturmmaske von Hirntod Records. Gut, soviel zum Album. Dann haben wir das Shirt. Und wie man es erwarten konnte, ist auch hier wieder jede Menge Blut mit drauf. Also man hat hier auf das Shirt einfach hier das Album-Cover draufgepackt. Ansonsten ist das Shirt hier komplett in schwarz gehalten. Rückseite ebenso komplett in schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B und C exakt 190 in der Größe M. Größe konnte man da frei auswählen. Ich habe mich natürlich für M entschieden. Und wir haben es zu tun mit 100% Baumwolle made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann auch noch ein Poster mit dabei. Also richtig klassischer Bundleinhalt. Tonträger, also Album, Poster und Shirt. Und das Album, bzw. das Poster, sieht in diesem Fall dann so aus. Also auch hier wieder das Cover-Artwork. In diesem Fall im Hochformat. Auch hier wieder jede Menge Blut. Das Ganze kommt, wie gesagt, im Hochformat und ist einseitig bedruckt. Rückseite ist blank weiß. Ja, das war's soweit. Spannend für mich auch noch, wie man das Ganze jetzt irgendwie von der GEMA oder generell, wie man das rechtemäßig klärt. Denn Dr. Jekyll hat ja im April 2011, meines Wissens, Hirntod Records verlassen. Aber ich gehe mal davon aus, die werden sich da irgendwie geeinigt haben. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. So wie natürlich das Album im Standard-Jewelcase mit insgesamt sieben Tracks und drei Instrumentals. Jawohl. Das alles in diesem wunderbaren Bundle Zwei Chirurgen drehen durch Teil 2 von Dr. Faustus und Dr. Jekyll. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album beziehungsweise dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dr. Jekyll und Dr. Faustus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.